Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, auch Perens Patriae war ein römischer Ehrentitel. Der Titel Pater Patriae wurde vom Senat verliehen. Bereits Marcus Furius Camelus und Quintus Fabius Maximus Kranktäter wurden aufgrund ihrer Verdienste als Parentes bezeichnet. Marius und Sola erhielten ebenfalls den Titel Perens bzw. Pater Obsiv Servatos. Der Redner und Politiker Marcus Thallius Cicero wurde für die Aufdeckung der Verschwörung des Catilina während seines Konsulats im Jahr 63 v. CHR. Mit diesem Titel geehrt. Die nächsten Titelträger waren Gaius Julius Caesar und Augustus, dem der Titel vom Senat den Iquiz und dem römischen Volk verliehen wurde. Da der Titel Pater Patriae für die Legitimität des Herrschers nicht wesentlich war, anders als die Titel Imperator, Cäsar, Augustus, Pontifex Maximus oder die Tribunitia Potestas, wurde er nicht Bestandteil der kaiserlichen Ehren, erst seit der Verleihung an Pertinax 192 zählte. Er zur festen kaiserlichen Titulatur. Ebenso resultierte aus dem Titel keinerlei juristische Macht. Vielmehr war die Verleihung ein Zeichen der Würde wie auch eine Verdeutlichung der Pflichten des Trägers gegenüber der Bürgerschaft. Wie der Pater Familias einer Familie vorstand, war auch der Geehrte mit dem Schutz des Staates betraut. Dasselbe gilt für die weibliche Form. Der Titel einer Mater Patriae ist nach Ansätzen bei Livia zum ersten Mal bei Julia Domna belegt. Der Senat verlieh den Titel zahlreichen römischen Kaisern oft erst nach vielen Jahren der Herrschaft, manchmal aber auch, wenn der neue Kaiser die besondere Achtung des Senats genoss, wie etwa nähr war. Folglich trugen viele der kurzlebigen Herrscher diesen Titel nicht. Die Verleihung war an die Zustimmung des zu Ehrenden gebunden, der den Titel auch ablehnen konnte. So ließ sich Kaiser Tiberius den Ehrentitel nicht verleihen, auch Nero schlug das erste Angebot im ersten Jahr seiner Herrschaft aufgrund seiner Jugend aus Römische Patris Patriae Marcus Thallius Cicero 63 V CHR Gaius Julius Cäsar 45 V CHR Augustus 5. Februar 2 V CHR Konstantin der Große 307. Spätere Patris Patriae Wilhelm I. Graf von Provence genannt der Befreier, der die Sarazenen in der Schlacht von Tortur schlug. Cosimo dei Medici, Herr von Florenz Andrea Doria, Admiral der Republik Genua, erhielt den Titel von Karl V. Wilhelm der Schweiger, Fürst von Oranien Peter I. Punkt Nach dem Friedensschluss von Nistat wurden dem Zaren im Namen des Vaterlands vom Senat die Ehrentitel Imperator und Pater Patriae angetragen. George Washington, erster Präsident der Vereinigten Staaten, wurde als Pater Patriae bezeichnet. Alexander Dua-Label, König des Dua-Lafolkes in Kamerun wurde nach seinem Tode mit dem Titel geehrt. Sam Nuyama, erster Präsident Namibias Malitwa Tanumafili II, Oberhaupt Samoas, wurde nach seinem Tod von Helen Clark als Vater des modernen Samoa, bezeichnet. Mohammed Zahir Shah, dem exilierten König von Afghanistan, wurde anlässlich seiner Rückkehr und Anstelle des Königstitels von Nelo Yajirga der Ehrentitel Vater der Nation, verliehen. Beim Starkbier-Anstich auf dem Lockherberg wird seit dem 18. Jahrhundert das jeweilige bayerische Staatsoberhaupt als Pater Patriae angesprochen. Richard von Weizsäcker wurde beim Staatsakt zum Anlass seines Todes von Bundespräsident Joachim Gauck als Pater Patriae bezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017